Die erste Klasse jetzt am Wochenende hier in Wiesloch bei der Deutschen Meisterschaft vom DBLV ist auch schon rum. Bikini 1 und ich habe die Sandra hier, die hat nämlich soeben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sandra hat sich eben schon Sorgen gemacht. Mensch, ich habe noch Tränen in den Augen, noch nicht anmachen. Doch, wir hauen die Kamera raus, weil wir wollen totale Emotionen haben. Wie fühlst du dich? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Ich kann das gerade gar nicht in Worte beschreiben. Ich hätte das niemals gedacht, dass ich Erste werde. Warum nicht? Die anderen Mädels sind auch alle so gut und man weiß ja einfach nie, was die Kampfrichter sehen wollen. Haben sie euch denn sehr auf der Bühne hin und her gescheucht in den Vergleichen? Nein, das war echt super gewesen. War auch top organisiert diesmal gewesen. Kein Duseinander, also echt Respekt nochmal. War für viele Jurymitglieder vielleicht stand der Sieg auch schon fest, wenn das alles so reibungslos lief. Allerdings ist jetzt nicht großartig Füße hochlegen angesagt. Wir müssen ja abwarten. Zwei Konkurrenten schieben sie dir gleich noch rein, denn es geht für dich noch ums Gesamtsiegerstechen. Jetzt hast du allerdings den Klassensieg schon erreicht. Ist jetzt für dich so die deutsche Meisterschaft dieses Wochenende vollendet oder hast du jetzt noch Anspannung aufgrund des Gesamtsiegerstechens? Also natürlich mein größter Traum wäre es jetzt noch den Gesamtsiegerpuker einzubekommen. Der ist riesig, das ist so eine Schale, weißt du. Kann man gut Eis draus essen nachher. Aber also das ist jetzt schon, das hat alle meine Erwartungen übertroffen. Und ich bin einfach gerade so überglücklich. Ich bin total sprachlos gerade. Dann würde ich sagen, nimm genau diese Emotionen, diese Menge an Freude, nimm die gleich mit ins Gesamtsiegerstechen. Umso größer wird das Grinsen und umso eher wird auch die Chance, dass die Schale kommt. Vielleicht bis gleich. Ich danke dir. Ich hoffe es. Dankeschön. Vielen Dank.